Marco Schriel, 49, enthüllt seine intimsten Geheimnisse Der beliebte Moderator, der in Deutschland durch zahlreiche TV-Shows bekannt ist, darunter Deutschland sucht den Superstar, eine eigene Talkshow und das Morgenprogramm von RTL, öffnet erstmals sein Privatleben für uns. In einem exklusiven Gala-Interview spricht Marco erstmals öffentlich über seine Homosexualität und seinen Lebensgefährten. Der sympathische Talkmaster zeigt sich dabei so offen wie nie zuvor und betont, dass es für ihn selbstverständlich sein sollte, dass es eine besondere Person in seinem Leben gibt, die ihm alles bedeutet. Marco schwärmt von seinem Partner und sagt, dass er überglücklich ist, die Liebe gefunden zu haben. Die Liebe hat Einzug in mein Herz gehalten, und dafür bin ich unendlich dankbar, erzählt er begeistert. Doch das ist noch nicht alles, Marco teilt noch weitere Einblicke in sein Privatleben. Er erzählt, wie er sich kurz vor seinem 30. Geburtstag geoutet hat und wie es für ihn ein großer und wichtiger Schritt war, seinen Eltern zu gestehen, wen er liebt. Dieser Schritt hat ihm jedoch Mut gemacht und sein Leben bereichert. Marco Schrie beweist, dass Authentizität und Offenheit der Schlüssel zum Glück sind. Lasst uns gemeinsam diese inspirierende Geschichte feiern und Marco für seine Ehrlichkeit und sein Engagement in der LGBTQ und Gemeinschaft applaudieren.